Genau, schleppt man schön die Wäschekörbe durch die Küche. Hygiene ist ein anderes Thema. Tja, ich habe keine Ahnung. Das ist nicht so gut. Also, keine Ahnung zu haben ist immer nicht gut, aber auch nicht zu wissen, warum da so wenig Essen gebaut wird. Das scheint ja generell mit den Dingern hier zu tun zu haben. So, dann lasst uns mal in die Planung gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist schon wieder jemand verletzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. So, an dieser Stelle hier ziehen wir schon mal Wände. Dann machen wir hier nämlich sechs Bewährungsanhörungen raus. Und der charmante Vorteil ist, wir können hier die Wand einreißen. Dann haben die hier ein bisschen mehr Bewegungsfläche. Heißt aber auch, dass wir hier Türen hinmachen. So, und die Räume kriegen natürlich auch Türen, logischerweise. Da und durch die Hälfte, da und da und da und dort. Dann müssen dort rein Tische, und zwar die sogenannten Besuchertische. So. Einlieferungen haben wir ja keine, ne? Wir machen aber noch ein bisschen Gewinn, das ist gut. Ja, wir müssen uns noch um die psychisch Kranken kümmern, ich sehe das schon. Ja, wenn jetzt eine Tür da drin wäre, ne? Okay, ihr könnt euch das vorstellen. Unglaublich. So, jetzt könnt ihr raus, guck mal. Ja, schön, ne? Hat geklappt. Ähm. Noch ein bisschen Licht. Und dann könnte es ja gleich zu einer Massenentlassung kommen und wir ein bisschen Geld verdienen. Wir machen aber irgendwie Minus, oder? Oder, 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 oder nicht? Doch, ne? Ein bisschen schon. Bewährung. Dann gehen wir in die Programme, dann gehen wir in die Tabelle. Na gut, wir haben sie noch nicht eingestellt, deswegen ist das noch nicht schlau, das zu tun. Mach mal fertig jetzt hier. Zügig. Kines. Wie sieht das denn hier mit dem Strom aus? Ja, der Grüne könnte ein bisschen... Warum ist der eigentlich nicht durchgezogen? Das ist doch zusammenhängend. Kann doch... Hier könnt ihr doch durchaus noch ein Käbelchen hin, wa? Ja. Zack. Was fehlt dir noch? Besuchertisch. Ja, 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 ja. Ich sag euch, wenn dat fertig ist hier... Schön. Ich meine, ist ja auch schön, dass die sich hier endlich mal wieder ausruhen können, weißt du? Man muss ja auch ein bisschen an seine Mitarbeiter denken. Dann lassen wir mal wieder nach Tunneln suchen. Dann haben wir wieder schönes, frisches Material aus dem alten Gefängnis. Diesmal allerdings als Stream. Ich hab aber mal auf einen Overlay und so weiter verzichtet, ne? Dann kriegen wir nochmal hin. Also wenn man Prison Architekt will ich auf jeden Fall auch weiter im Stream behalten. Nicht unbedingt wöchentlich, aber es sollte doch immer mal wieder vorkommen, auch als Einzel-Let's-Play. Weil, wie gesagt, der Multiplayer scheint wohl nicht allen zu gefallen. Insofern machen wir es halt ohne. Machen wir halt als Single. Bewusstlos. Warum legt er den nicht hier ins Krankenbett? Gibt es da einen Grund für? Ihr bringt ihn jetzt wirklich bis hier hinten hin? Na gut, zugegeben, das wurde zu einer Zeit gemacht. Als das hier noch nicht war mit diesem... Das darf man nicht vergessen. Das ist... Naja, es geht wieder los, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Früher musste man das sich echt anders überlegen, wie man das macht. Das war auf jeden Fall eine geile Verbesserung. Das kann ich nicht anders sagen. So, haben wir sie? Können wir die jetzt festlegen? Ähm... Ach, scheiße. Die sind immer noch nicht fertig mit dieser blöden Wand. Wie lange braucht ihr denn für eine Wand, Leute? Ach, die ist schon wieder gelöscht worden. Ja, ja, war ich wahrscheinlich wieder. Ich kenne das ja. Ist ja immer gleich. Weißt du? Also, zur Zeit sterben sie ja. Hier werden die Fliegen an der Wand, ne? Der bringt hier alles um und ihr rettet diesen... Sag mal, seid ihr behindert oder was ist mit euch? Der ist aber auch nicht zum Sterben geeignet, oder? Das ist ja nicht normal, sowas. Ja, der hat sich noch was eingesteckt, weißt du? Knackt hier mal eben alle kaputt und nimm doch irgendwas mit. So, warum bist du jetzt hier? Guck dir das mal an! Ist doch nicht normal, sowas. Nee, nee, nee. So kann ich nicht arbeiten. Kapelle Custom. Ähm... Büro. Hohe, höchste. Gemeinschaftsräume. Das ist halt auch alles, ähm... Sehr, 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 sehr... Bewährung allgemein. Wo soll denn der Raum wieder sein? Hä? Ach ja, richtig. Ja, ja. Ja, ja. So, dann machen wir das mal. Bewährung, Custom, Custom, Custom. So, wir haben ja, äh, 65 Häftlinge bereit für Bewährung. Dann hoffe ich ja, dass das jetzt hier losgeht. Ich glaube, wir müssen auch noch ein paar mehr setzen, oder? So, einmal hier hin. So. Gucken wir mal, was passiert. Ja, das Essensproblem wird nicht gelöst, ne? Scheiße. Tja, dann weiß ich auch nicht weiter. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil das die schlechte Laune haben, das, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Schon wieder Kollegen tot. Tja. Aber ich habe ernsthaft keine Ahnung, äh, was das mit der, ähm, mit der Küche da auf sich hat. Keine Ahnung. Mein Verstehen kann ich das absolut. Ich weiß aber auch zum Beispiel nicht, warum meine, ähm, Wachen immer so schnell tot sind. Und, ähm, Wachen immer so schnell,